Leute, wir haben ein kleines Problem, wie ihr wisst, fast ich ja. Wir sind gerade im Freizeitpark und ich hab mich ein bisschen mit der Zeit vertaut. Ein paar Minuten ist schon ich da, wo ich dann was essen kann wieder. Hier gibt es halt nur so Fangenkuchen und ich werde etwas Richtiges essen. Ich hab wirklich so Hunger, wir sind die ganze Zeit so am Geh. Andere fahren Auto und so Fahrrad und so. Bin ehrlich, ein bisschen unfair. Hier gibt's halt echt nur so Schokoerdbeeren und irgendwie nur Süße. Deswegen sind wir zu einem Fastfoodladen in der Nähe gegangen. Und ratet mal, was mir passiert ist. Ich darf um 18.39 Uhr essen und ich hab um 18.36 Uhr in meinen Burger gebissen. Drei Minuten bevor ich es durfte, Leute. Ich verstehe nicht, wie traurig ich war. Also ich bin es immer noch. Gegen drei Minuten hab ich jetzt einfach meinen Fasten kaputt gemacht. Ich bin wirklich so sad.